Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem 93 Plus Icon Moments Packs von Pillar Battle! Ja, Freunde, wir haben heute am Start das 93 Plus Icon Moments Pack. Das werden wir gleich ziehen. Wir haben schon ein Team gebaut. Also das Team steht. Es ist egal, wer kommt, ob jetzt gleich ein Stürmer, Torwart, Innenverteidiger, rechter Mittelfeldspieler kommt. Der wird auf jeden Fall vorne in den Sturm reingepackt. Und dann wird das Team darum gebildet, gebaut, gebildet, geraten und, und, und. Ja, ich gönne dir da vorne so einen schönen Schmeichel, ne, den ich letztes Mal gezogen habe. Der wäre natürlich super. Jetzt einen schönen Keeper vorne drin. Ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt so ein Eto eher. Irgendwie sowas in die Richtung. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Es kam jetzt lang kein SBW mehr. Deswegen zeigt euren Support. Daumen, Daumen, Daumen. Und wir beide öffnen jetzt unseren Pack. Sollen wir sagen, wenn wir haben oder nicht? Äh, sagen Sie es. Sagen Sie es ruhig. Sagen Sie es nicht. Sagen Sie es nicht. Sag ich. Sagen Sie es nicht. Sagen Sie es nicht. Wie viele? Sagen Sie es nicht. Sagen Sie es nicht. Sagen Sie es. So, der raus. Krieg kein Geld. Ja, komm, wir gucken es mal da. Komm, wir öffnen jetzt. Wir öffnen, Leute. 93 plus Icon Moments, bitte. Gönn. Gönn, 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 gönn. EA Sports, warum tut ihr das? It's in the game. Wen hast du? Ich sag gern nix. Oder mein Anwalt sag ich gern nix. Okay, wenn du dich zurückhältst, dann sag ich auch nix. Doch, ich sag's. Ich hab Samuel Eto. Ich schwör? Ja, Eto. Als ob. Ja, Mann. Alter, wie krank. Du scheiße. Du hast ihn mir gecallt. Dankeschön, du bist der Beste. Ja, ich hab seinen Bruder gezogen. Hat früher bei AC Mailand gespielt. Ich sag, ich hab's eh doch. Scheiße. Ah, das ist mies. Ey, Holland. Oh mein Gott. Cruyff, hollit. Hattest du grad Herzflattern, ne? Nein, weil er direkt schon da stand, der Junge. Ach, geil. Dann ist natürlich nicht schön. Der stand direkt mit seinen komischen Ahnen, stand der schon vorne im Bild und war klar, dass er es ist. 1,2 Millionen auf Nacken, Alter. Ey, ich muss auf jeden Fall heute gewinnen, da musst du in den Weekly-League-Team rein. Ja, komm, babbel nicht zu viel. Ich sag, ich halt einfach mal rein hier. Bist du ready? Hältst du rein. Also, wir haben direkt links daneben Sturm-Kompagnon, Fernando Torres-Moments am Start. Double-Icon-Sturm hier. Im rechten Mittelfeld gehe ich mit Diaby-Totz. Aber direkt mal zugeschlagen, wer ist in der Leitung. Und zwar hab ich aufgeschrieben. Mario Balotelli und Diaby. Hä, aber wieso Diaby? Ja, wieso nicht? Irgendwas musste ich aufschreiben. Ach, komm, was ist das wieder für ein Zufall, Alter? Geht ja schon gut los hier. Ja, es geht gut los. Sagt er mit dem E-Tor, jetzt halt es wieder rum, ey. Kennst du das? Meine Laune einmal so und dann direkt wieder so. Es ist auf und ab, auf und ab, auf und ab, auf und ab, auf und ab. Ja, weil ich schon richtig gegessen hab. Brauch' ne Banane, ey. Komm. Ja, 13.30 Uhr kriegst gleich meine Banane, ey. Ja, bitteschön. Hältst du, hast du drin? Ja, ich hab drin. Rechts Anthony, links Wilfried Zaha. Ja, Martinelli und Garincha. Stark. Scheiße. Was ein Zufall. Ja, dann. Möchtest du denn den Torwart da haben, oder nicht? Boah, Schwier. Du hast ja deine, eine Icon hast du ja, also du hast beide schon verbaut. Ja. Ja, komm, scheiß drauf, mach einfach Torwart rein. Letztes Mal hab ich auch gepokert, hab nichts mehr getroffen, mach einfach rein. Okay. Obwohl, 50-50 am Ende mit Mokielo und Frippon, aber egal. Komm, mach rein. Es geht weiter mit dem zentralen Mittelfeld bei dir. Komm ich halt rein, ey. Ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwas hast. Also ich gehe auf der rechten zentralen Mittelfeldseite, gehe ich mit Philippe Coutinho. So, das wäre der einzige Anhaltspunkt, den du haben könntest. In den zentralen. Dann gehen wir mit deiner Holinda. Und zwar mit Franky de Jong. Und dann gehen wir mit einem weiteren Holländer. Das ist aber diesmal ein etwas teurerer. Da haben wir aber in die Tasche gegriffen. Es ist der einzig wahre Holländer. Ich glaube, ich spiele ihn das erste Mal dieses Jahr. Ah, man. Bruno, Kaka, Grafenberg. Grafenberg. Also wir haben heute drei Holländer schon drin. Eigentlich waren mit zwei geplant. Bisher. Ah, die fliegenden Holländer hast du ausgepackt, ey. Ich krieg die Kriegesin. Die werden dir gleich schön um die Ohren summen. Ja, ja, ja. Okay. Dann hältst du rein. Also ich gehe im rechten mit zentralen Mittelfeld mit Nkunku Headliner. Linkes zentrales Mittelfeld gehe ich mit dem guten Musa Sisoko, diese Upgrade-Karte. Und links, da habe ich den guten Jungberg ausgepackt. Ich bin mit Nkunku Kimmich und Asufati gegangen. Hey! Mann, wieso hast du mal jeden als? Ich hätte doch Wirz nehmen können. Ich hätte alles nehmen können. Du hättest Franzosen nehmen können. Aber gug, gug. Na hab ich auch nicht. Ach, wie Gott, Alter. Die Seite sieht echt gut aus, muss ich sagen. Stell dir mal vor, du hättest so eine Krampfeigen, so einen Torwart gezogen. Scheiße, Alter. Scheiße. Ich bin am Arsch, Leute. Okay, Außenverteidiger. Ganz wichtig, jetzt hier noch was zu treffen. Du darfst. Okay, also. Links kann ich dann nehmen, was ich will. Bei deinem Glück heute hast du den sowieso. euch den guten Robertson. Und rechts gehe ich mit Frimpong. Du bist aber sowas von unauffällig gegangen. Ich habe links Regillon aufgeschrieben und rechts Frimpong. Warum nicht Mokele? Weil Frimpong 99 Pace hat. Ach, geil, Alter. Hat wieder super gebaut heute. Fällt mir grad ein, Stabile Seite da. Das kommt, wenn ich immer morgens baue, Leute. Da baue ich wie ein Weltmeister. Merkt euch das. Du baust immer wie ein Weltmeister. Fortnite, eSportler. Ich schalte rein. Alles klar, linke Seite. Da muss ich mal kurz schauen. Gehe ich mit einem Spieler, den habe ich, glaube ich, so gezogen hier aus dem, aus dem League A. Garantierten Pack Nuno Mendes. Und auf der rechten Seite, ja, es ist vielleicht ein bisschen, es ist nicht das Auffälligste. Es gab ja Stronglings, aber ich gehe jetzt einfach mal mit Kappa. Ja, ich habe die Stronglings genommen wie Schnall und Daniel Alves. Ich dachte, du machst jetzt das Unauffällige, Auffällig. Unauffällig, Auffällig. Verstehst du mal? Let's go. Let's go. So, es kommt das Finale. Super drei Spiele habe ich da rechts. Wahnsinn, ey. Boah, okay. Jetzt schalte jetzt rein. Finale. Vielleicht nochmal die letzte Hoffnung hier. The last hole. Sollen wir es so machen? Ich packe einfach rein und du sagst mir, was du hast. Ja, mach, komm. Ja, okay. Pack rein. Marquinhos, Militao, Alisson. Let's go. Ich habe Ruben Diaz, Totz. Ich habe Laporte, Totz und Mondi. Oh mein Gott, Laporte. Voll vercheckt wegen Spanien. Nein. Ich dachte mir, das ist so ordentlich. Ich wollte erst aufs Safe gehen mit Ramos, mit Piqué oder so. Aber dachte mir, da muss auf jeden Fall irgendwie noch was hin. Dann letzte Chance für mich hier nochmal den rechten Innenverteidiger vielleicht auch noch wegzuhauen. Also, wir haben am Start einmal den guten Alaba, Totz. Wir haben Militao und Courtois. Boah, ich bin mit Militao, Koundé und Courtois gegangen. Ey, du bist doch so ein Op... Digga. Ich hätte einfach jede f***e Drecks... Liga nehmen können. Er nimmt genau das, Digga. Ach so, dein Glückstag oder was? Willst du mich verarschen? Boah, ich bin gespannt aufs Game, ne. Ich bin so gespannt gleich. Ich bin gespannt auf dein... Was kann doch das für eine Seite? Mach ich hier alles kaputt, Alter. Was hast du da gebaut? Nehmen wir drei Wochen nicht auf und er direkt... Er hat alles analysiert. Jeden einzelnen Stream. Oh, der hat den im Verein. Der könnte den reinnehmen und den in den Schwanz nach Arsch stecken. Ja, das kann das so machen, als du das gebaut hast. Bronze, Bronze, Bronze. Oh Gott. Boah, ist da Platz. Ey, was war das für ein Schüsschen? Seh doch. Hä, warum wird der so abgefälscht? Das ist physikalisch gar nicht möglich. Ole, ole... Oooh, wer kam da noch dran, Jungs. War es knapp. Ah... Ah, oh. Da geht... Fernando! Oh, Junge geht da fliegen, Mendy. Richtig. Ja. Oh, oh. Ja, du bist der Beste, Luis López! Momentum! Komm! Edo! Ey! Oh jetzt aber, komm ja mal, zieh! Kann ja sogar alleine, guck mal! Da kommt keiner von dir mit! Keiner ist da! Keiner! Was ist los mit Luis López? Die halten aber auch alles, ne? Komm! Ja, jetzt aber! Den muss der machen! Let's go! Mann, Alter! Boom! Er hätte sogar schon irgendwie gefühlt 3-3 stehen können, ne? Das darf doch nicht wahr sein! Oh oh! Oh, der Zug rollt! Ja klar, ja klar! Der Zug rollt! Den muss er machen! Boom! Knallt der den rein! Das ist unverdient, Alter! Eben, Alter! Unverdient, sagt der! Das ist einfach effizient! Nein! 2-2 hätte ich stehen müssen, ja! Ach! Ja! Oh, seh doch! Hullit! Spiel! Schieß! Oh! Was? Ey! Ich dachte, der war gut, der Mann! Krise, Krise, Krise! Guck mal! Schisse! 8-8, Alter! Mann! Ja, fast! Ja, Hullit! Du darfst doch gerne weitergehen! Aber der Ball kommt! Jawoll! Jawoll! Boah! Gut gestellt, Alter! Wichtig! Komm, geht hoch! Guck dir das an, wie die stehen, ey! Mann! Alter! Ich dachte, der ist so schnell! Oh oh! Ja, der war ja grad überhaupt nicht schnell, ne! So gefühlt 92 kmh! Ach du Scheiße, ey! Der ist schnell, ey! Boah! Der Junge reißt der da Meter ab! Und der hört auch gar nicht mehr aufzulaufen! Boah! Wichtig, Alter! Uah! Hullit hat da echt zwei, drei Mal! Linke Füße! Ja! Ja! Torres! Junge, Junge, Junge! Ist das ein Witz, dieses Spiel, ey! Nein! Es ist so lächerlich! Ah! Torwart! Nein! Es ist so ein Müllspiel! Nein! Ja! Es ist so ein Müllspiel! Es ist so ein unglaubliches Müllspiel! Wie kann das sein? Ey, dein Team hat sich unglaublich krass gespielt, ne! Boah! Dafür, dass da nur Bronze drin war! Ehrlich, ey! Also, geistkrankes Spiel wirklich! Was war das denn, bitte? Erstmal ganz wichtige Frage! Hast du stehen lassen? Ja oder nein? Nein! Hä? Nein, hab ich nicht! Nein, hast du dich! Okay! Okay! Ich geh mit deinem Linken! Also, du wirst niemals alles geswitcht haben! Die komplette Seite! Ich glaub, du denkst irgendwie, ich geh so Richtung Bronze, wo vorher was war! Ich geh zum linken Verteidiger! Boah! Hast du... Ach! Tut auch weh! Jungberg hast du getroffen! Uff! Boah! Der kostet doch auch 400k! Ja, 400k, Alter! Scheiße, ey! Mann! Wo du links gesagt hast, hab ich mich gefreut! Weil Eto war rechtes ZM! Ah! Okay! Und Torres war linker Innenverteidiger! Aber triffst trotzdem den teuersten, Alter! Mein Gott, ey! Der muss dich wieder bankrott machen, der Junge, ey! Bro, hast du nicht letztens erst alles das K, hat jetzt wieder ein bisschen gelebt? Ja, hat es wieder Highlife gelebt, aber Eto ist da! Das ist gut! Das ist gut! Ja, Eto ist stabil! Okay, gut, dann gehen wir den mal ab! So, Jungberg haben wir hier! 374k! Er hat aber echt scheiße gespielt! Ja, ich geb lieber ihm ab als Eto, Leute! Eto, wichtiger, haben wir gezogen! Aber tut natürlich trotzdem weh! Und ja, ein von drei Goldspielern, noch mal einen kurzen Torz abholen hier! Schade! Freunde, das war's auf jeden Fall vom Video! Ich hätte nicht gedacht, dass am Ende, dass wir dann noch hier mit dem Team solche Chancen haben da vorne und hinten, aber am Ende hätte es doch noch 2-2 ausgehen können, ne Stefan? Ja, man muss auf jeden Fall sagen, es wäre unentschieden, wäre auf jeden Fall verdient gewesen! Aber gut, hat Spaß gemacht! Ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben da! Wir verabschieden uns! Wir sehen uns nächste Woche wieder! Haut rein und ciao! Das war's! Du bist so schabiert!